So Pyros, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir hier mal einen Teil aus dem Prospekt vom Lidl. Ist nur eine kleine Rückseite, so von der Weihnachtsseite von Lidl halt. Und da sehen wir halt schon, ab den 28.12. findest du alles für deinen perfekten Jahreswechsel in der Fiale. Ja, das wollen wir ja mal hoffen. Hier unten sieht man, ja ich glaube das ist das, wie heißt das, High Speed Bombs und die Casino Royale und die Alligator. Und dann haben wir da noch eine neue Batterie mit 104 Schuss, die Celebration. Aber ich habe keine Umlabeling oder sonstiges dazu gefunden. Ähm, ja da kann ich euch leider nicht weiterhelfen, sobald ich was weiß. Ähm, ja werde ich euch das schon irgendwie mitteilen in den Kommentaren oder sonstiges. Ähm, ja bis zum 9.12. müssen wir warten. Dann gibt es neue Infos. Ähm, da denke ich mal wird es dann den Bestellschein geben. Ähm, ja so war es, glaube ich letztes Jahr ungefähr auch. Ein bisschen später vielleicht. Ähm, ja auf jeden Fall denke ich mal wird es dann den Bestellschein geben. Mal gucken wie das mit den Preisen wird. Was es im Internet so kostet und was es dann im Laden so kostet. Ähm, ja ansonsten bin ich mal gespannt beim Lidl vorschießen, wie die Celebration ist. Und was es für Neuheiten dieses Jahr gibt. Ich hoffe mal vielleicht neue Bombenrohre von Veko, das wäre ein Traum. Ähm, weil bei uns gibt es die Skyshots nicht. Ähm, aber egal. Ähm, ja. Auf jeden Fall war es das jetzt hier schon mit dem kurzen Video. Ich wollte euch nur mal diese kurze Seite hier zeigen. Ähm, und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Freut euch auf Silvester. Habt vor Freude. Bis dann und ciao. Tschau. Tschau.